hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge der austria ufo wochenschau eigentlich wollte ich ja aus dieser folge so etwas wie eine fasching sendung machen mit alleinigem fokus auf das was jetzt der letzte beitrag ist näheres dazu dann dort aber wie so oft in der letzten zeit überschlagen sich die ereignisse bereits wieder und das nach einer nur recht kurzen weihnachts und neujahrs pause daher genug der einleitung legen wir los in einem privaten vortrag vor einem kleinen kreis organisiert angeblich von einem wichtigen wall street mogul berichtete whistleblower deluxe david grush vor wenigen tagen erneut neues und durchaus brisantes fotos und informationen über den vortrag wurden auf reddit präsentiert und über twitter x verbreitet die ausgesuchte gruppe vor der david grush seinen vortrag hielt wie es heißt unbezahlt bestand offenbar aus wichtigen persönlichkeiten aus wirtschaft wissenschaft und militärischen regierungsorganisationen sowie dem fbi hier die wichtigsten neuen aussagen ein weltpolitischer gegner der usa erwägt die offenlegung von ufos um den usa einen schritt voraus zu sein laut den aussagen von grush habe er entsprechende stellen in der amerikanischen regierung bereits darüber informiert das aussehen der mit uaps verbundenen nicht menschlichen intelligenzen würde wie er meint niemanden überraschen sie sehen aus wie die typischen grauen aliens eines der von den usa geborgenen flugobjekten weist den aus dr who bekannten tardis effekt auf von außen betrachtet scheint es einen durchmesser von nur etwa zwölf meter zu haben aber wenn man es betritt habe das innere die größe eines fußballfeldes dieses schiff sei darüber hinaus in der lage ein terawatt energie zu produzieren nur ein sehr enger kreis von etwa 50 menschen kenne die volle wahrheit des ufo fenomens außerdem erzählte grush nach dem vortrag auf eine publikumsfrage von einer abteilung deren mitglied der gewesen sei und die über sensible techniken verfügt mit denen man urps verlässlich aufspüren kann von dieser technik war bereits andernorts die rede insbesondere in dem daily mail artikel über das geheime cia bergungsprogramm siehe breaking news vom 29 november grush ergänzte noch dass er in seinem demnächst erscheinenden zeitungsartikel mehr darüber verraten würde die informationen insbesondere rund um geheimhaltung und vertuschung verdichten sich also ein link zu seinen aussagen findet sich in der beschreibung in der ersten folge von weaponized in diesem jahr präsentierten george knapp und jeremy corbell ein langes und detailreiches gespräch mit dem eminenten ufo historiker richard dolan insbesondere dessen aussagen über das buch an dem er gerade arbeitet waren sehr aufschlussreich dieses beschäftigt sich insbesondere mit unterseeischen und anderen maritimen ufo sichtungen quer durch die historie für mich neu dabei war die aussage dass ufos offenbar nicht nur atomanlagen manipuliert haben sondern auch schon ganze flugzeugträger und schlachtschiffe lahmgelegt hätten und zwar nicht nur der usa sondern auch russlands dolands generelle einstellung und weite teile des gesprächs sind für meinen geschmack zwar etwas zu pessimistisch aber dennoch erwarten alle drei herren demnächst weitere enthüllungen link in der beschreibung übrigens kommen auch alle drei neben einer ganzen reihe anderer eminenter ufo persönlichkeiten in einer neuen dokumentation des hollywood senders tmz vor die ausstrahlung dieser dreiteiligen dokumentation beginnt heute und wird morgen und übermorgen fortgesetzt vorab wurde neben dem offiziellen trailer schon ein clip öffentlich in dem jeremy cabell neues militärisches videomaterial präsentiert dieses zeigt ein geheimnisvolles so genanntes jellyfish oder quallen ufo das immer wieder über militärischen einsatzgebieten gesichtet und gefilmt wurde unter anderem scheint es transmediale eigenschaften zu besitzen da es auch manchmal dabei beobachtet wurde wie es für längere zeit unter einer wasseroberfläche verschwand siehe auch ein artikel auf grenzwissenschaften aktuell zu all dem gibt es ebenfalls links in der beschreibung und wir werden natürlich nach der ausstrahlung nach der ausstrahlung der serie ausführlich berichten ebenso heute oder in den nächsten tagen wird das bereits angekündigte und in unserer letzten folge erwähnte briefing von abgeordneten des us kongresses durch den generalinspektor des geheimdienstes thomas monheim stattfinden darüber vermutlich mehr in den nächsten sendungen sollte sich daraus jedoch früher etwas sensationelles ergeben werden wir dazu natürlich breaking news hochladen es empfiehlt sich daher diesen kanal zu abonnieren und die benachrichtigungen einzuschalten nun zum letzten thema das wohl am ehesten in die kategorie what the f einzuordnen ist da derzeit fast im gesamten deutschsprachigen raum fasching karneval oder fastnacht herrscht wollte ich mich in dieser folge dem geheimnis einiger seltsamer bunter signés und abzeichen also quasi karnevals orden der nasa air und space force sehr ausführlich widmen aufgrund der anderen aktuellen ereignisse stattdessen hier eine mittelbreite kurzfassung also unter anderem die religionswissenschaftlerin diana pasalker aber etwa auch der experiencer chris bledsoe haben bereits öfter auf eine seltsame verbindung zwischen der amerikanischen raumfahrt und dem pantheon griechischer römischer oder auch ägyptischer götter hingewiesen darauf bin ich unter anderem auch bereits im langformat nach spiel auf diesen kanal eingegangen vor kurzen ist mir allerdings ein weiteres signet untergekommen das meine neugier angestachelt hat in einer star trek artigen pfeilspitze wird da das bildnis einer über der erde thronenden sphinx dargestellt die ihren blick auf einen stern richtet es handelt sich dabei um das offizielle banner von space delta 18 einer abteilung der united states space force die als deren geheimdienst fungiert ich habe mir die beschreibung ihrer tätigkeit mehrmals durchgelesen habe aber noch immer nicht verstanden womit sie sich wirklich beschäftigen vielleicht hat ja jemand von euch mehr glück als ich link dazu in der beschreibung auch das siegel der vorgängerorganisation zeigt dieselbe symbolik in leicht anderer anordnung in der wikipedia beschreibung dazu heißt es es gehe dabei um die weisheit der sphinx die sich in ihrem wissensdurst fix nach dem nordstern orientiert nun gut mir erscheint diese erklärung allerdings etwas seltsam insbesondere da die sphinx eindeutig nach osten ausgerichtet ist und praktisch nie einen blick auf den nordstern erhaschen könnte viel besser passt die darstellung zu einer mitteilung die chris bledsoe bei einer seiner alien kontakte erhalten hat darin teilte ihm ein fremdes wesen mit dass ein neues zeitalter anbrechen würde sobald der blick der sphinx auf den stern regulus fällt keine ahnung was davon zu halten ist aber das signet ist in diesem zusammenhang schon recht eigenartig bei weiterer recherche bin ich dann noch auf eine ganze reihe anderer bilder und abzeichen gestoßen die teilweise für einzelne missionen insbesondere von nasa raumfahrts missionen aber auch solchen der air force gedient haben diese bilder wurden dann auf die fluggefährte gemalt sowie als badges an die teilnehmer ausgegeben sie sind alle authentisch und durch anfragen unter dem informationsfreiheitsgesetz bestätigt allen gemein ist dass sie götter monster magier oder esoterische zeichen zeigen oder sogar aliens dazu fast in jedem fall mehr oder weniger geheimnisvolle sätze in latein etwa lasst sie hassen solange sie fürchten das allerhöchste hohe niemals zuvor niemals wieder euer gesamtes fundament dient uns haltet euch fern uneingeweihte es gibt noch deutlich mehr davon das ist alles sehr schräg und für mich gibt es dazu drei mögliche erklärungen erstens tradition in unserer gesamten westlichen gesellschaft wird immer wieder gerne auf die antike und deren götter und sagenwelt bezug genommen in gemälden skulpturen architektur und latein ist dabei ein wichtiger bestandteil vielleicht hat das einfach auch die nasa und space force übernommen zweitens kopien und trolling eine andere erklärung wäre dass manche missionsausstatter einfach kopiert haben was andere zuvor gemacht hatten und dann vielleicht noch einen draufsetzen wollten so im sinne von ich habe noch ein schlimmeres monster und ich habe einen noch cooleren lateinischen spruch drittens esoterik und geheimbund eine dritte erklärung und sie ist vor allem laut pasalker und bled so nicht ganz von der hand zu weisen stellt eine gewisse esoterische verbindung zwischen raumfahrt flugtechnik und dem phänomen da zweifellos wird eine entsprechende symbolik benutzt ob es sich dabei eher um so etwas wie einen insider club einen geheimbund oder tatsächlich um okkultes wissen handelt bleibt dabei natürlich offen vielleicht ist es auch ein mix aus verschiedenen erklärungen manches ist jedenfalls wirklich seltsam also wieso etwa heißt die aktuelle mission der nasa in der es darum geht proben von asteroiden zurückzuholen ausgerechnet osiris rex eine verbindung aus einem ägyptischen gott nach noch dazu dem toten gott und dem lateinischen wort für könig wie gesagt es gibt auch simple erklärungen aber auffällig und irgendwie eigenartig ist es dennoch vermutlich tatsächlich in die kategorie trolling und karnevals orden fällt jedoch wohl jenes abzeichen auf dem ein außerirdischer scheinbar an dem neuen tarrenkappen bomber der usa knabbert darunter findet sich zwar auch ein geheimnisvoller lateinischer spruch aber der heißt übersetzt schlicht und einfach schmeckt nach hühnchen so das war's für diesmal wir werden jedenfalls alle aktuellen ereignisse rund um david crush und das hearing weiterverfolgen und in weiteren videos darüber berichten und was die geheimnisvollen abzeichen betrifft das verlangt unter umständen noch nach einer längerfristigen recherche und potenziellen erörterungen als nachspiel mal sehen wenn ihr über all diese entwicklungen informiert bleiben wollt abonniert den channel und schaltet die benachrichtigungen ein außerdem bitte liken kommentieren und weiterempfehlen das hilft bei der weiterverbreitung dieses kanals und des von mainstream medien immer noch recht stiefmütterlich behandelten themas anders gesagt sollte sich das jahr 2024 tatsächlich als das jahr der endgültigen offenlegung herausstellen besteht durchaus die möglichkeit dass er es hier zuerst erfahrt in diesem sinne bis zum nächsten mal vor allem über über Untertitelung des ZDF, 2020